ok wunderbar ja das spiel hat er direkt hier noch mal gespeichert und während des speichern ist es ja beim letzten mal abgeschmiert aber gott sei dank der spielstand ist nicht kaputt bin ich schon mal froh gut dann müssen wir nächsten schlüssel finden um dann hier auch dieses kunstwerk zu zerstören du wirst kunst du wirst teil meiner aus ok stabiler als ton weicher als marmor wirklich das perfekte medium so kann ich mich nicht konzentrieren eine skulptur braucht keine als ob er als uns so einfach machen würde ich schaue noch mal wegen etwaiger skulpturen ja gut so 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 was passiert so 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 sehr lang ah Ich war ja nicht noch da. Wir haben sogar noch 27 Schießpulver. Passt. Lass uns mal weitergehen. Wir haben auch einiges an Pistolenmunition dabei. Na ja, hier auch so ein bisschen was. Okay. So, kommen wir da jetzt ungehindert rein? Kann ich mir kaum vorstellen. Passiert bestimmt noch mal was. Okay, da darf ich nicht drüber. Ah, guck mal. Plus 5 nochmal. Okay. Spiel geht schon wieder nicht mehr. Wenn wenigstens die Folge zu Ende wäre. Ich weiß nicht warum. Ich guck mal kurz nach, woran das eventuell liegen könnte. Tut mir leid. Folge endet hier schon. Scheiße. Mhm. Ich guck mal kurz nach. Ich guck mal kurz nach. Ich guck mal kurz nach. Ich guck mal kurz nach.